Oh mein Gott, ein Schwein! Nein, ein Schwein! Ein Schwein und eine Schaufel. Und ein Schwert. Alter, hau mich nicht. Ich hau dich mit der Schaufel zurück. Nein, verhoff mich zu schaufeln. Ah! Es ist deine Aktion. Habe ich absichtlich gemacht. Hallo Schwein. Wir brauchen einen Namen für das Schwein. Das ist unser Hausschwein. Ich nenne ihn Simon. Nein, wir nennen es Salazar Slytherin oder irgendwie so in die Richtung. Peter. Nein, Peter ist so innovationslos. Nennen wir ihn Grunz. Oder Ringelschwanz. Monsieur Ringelschwanz. Monsieur Ringelschwanz. Okay, ist cool. Na gut, was haben wir heute vor? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist immer das Problem an neuen Aufnahmesessions. Also ich arbeite immer noch weiter an der Ästhetik und du wolltest weiter an den Quests arbeiten. Stimmt. Und ich habe gehört, dass jemand gespoilert hat in den Comments und gesagt hat, dass wir definitiv noch einen Flint den Steel kriegen und dann im Nether unsere Gold Nuggets bekommen werden. Schämt euch. Ah, nein. Eigentlich ist es ganz informativ. Schämt euch trotzdem. Schämt euch trotzdem. Genau, finde ich auch. Ähm, ja. Ich werde jetzt jetzt mal weiterbauen. Ah, deswegen habe ich so viel Bonemühle. Stimmt, ich wollte hier so Gras machen und dann so Flowers bekommen, weil irgendein Quest baue ich ja Flowers. Ich habe auch schon eine Flower. Ah, der Herbalist hat mir Cocoa Seeds gefordert, wenn ich ihr Samples für mehr exotische Wälde bringe. Spruce Wälde, Jungle Wälde und Birch Wälde bräuchten wir auch. Das heißt, wir brauchen nur Spruce Wälde. Wir kriegen Spruce Saplings. Das weiß ich. Da bauen wir einfach noch eine dritte Baumfarme. Wir brauchen vier insgesamt für Spruce auch noch und für Jungle halt. Ja, genau. Ich gehe aber ein bisschen hier Gras farmen und so. Okay. Ähm, was ich noch sagen... Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Du wolltest noch irgendwas sagen? Ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Ah, ja, genau. Weißt du, wie man Cocoa Beans farmt? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, das macht man doch mit Crops, oder? Ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, man muss die irgendwie an... an Jungle... also, an Jungle Bäume hinhängen und dann vermehren sich die oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Okay. Habe ich mal irgendwo gehört. Ah, ja, genau. Das ist... Cocoa Beans sind doch die Teile, die auf Bäumen dann immer hängen. Vielleicht musst du die wirklich einfach hinhängen. Hm. Könnte sein, ja. Aber für die Jungle Trees brauchen wir eh eine fettere Fläche, gell? Ja, ein bisschen. Willst du eigentlich das zweite Stockwerk, das du gerade baust, so über die Baumfarme expandieren, oder? Ich weiß nicht. Ich finde das noch ein bisschen hässlich. Ich habe Mr. Ringelschwanz geschlagen. Nein! Ich finde das hier trotzdem noch ein bisschen hässlich. Hm. Du meinst den Aufgang da? Oder was? Was findest du hässlich? Den... Nein, nein, nein. Das... Das obere Stockwerk. Ich weiß nicht, wie ich das verkleiden soll, ohne dass ich die Baum fange irgendwie. Das schaffe ich mir. Das mache ich irgendwie. You can do it! Ich bin der Meister der Ästhetik. Ich schaffe das. So, äh, ich wollte eigentlich schauen, wie viele Flowers man braucht oder so Zeug. Bookshelf, Spider-Ass, Jack-O-Lantern, Rotten Flash bräuchten wir. 32. Zweimal. Dann kriegen wir... Zweimal. Ich habe kein Rotten Flash. Ah, a tool that will make farming infinitely easy. Ah stimmt, wir wollten so eine Farm bauen noch, gell? Mhm. Ich schau mal, wie viel Rotten Flash wir haben. Obwohl ich hier zuerst nochmal kurz in den... Wasser. Dazu brauchen wir Wasser. Für was? Für eine Farm. Ja, genau. Aber ich überlege gerade, ob wir vielleicht das Ding, was ich da gebaut habe, nicht als Farm benutzen, sondern so als Tiergehege. Können wir auch, man. Das war auf der anderen Seite. Na, gleich daneben noch eine Farm. Wir haben ja Platz ohne Ende. Ich meine, wir haben keine Map. Eben. Was sollte uns denn begrenzen? Unsere Fantasie. Meine Fantasie hat keine Grenzen, oder? Und unsere Zeit. Ja, das ist eher... Scheiß Zeit, oder? Ja, aber echt. Ob ich sie schön weggeohnt habe hier. Creeper, Creeper, nein, nein, nein. Nein, why are you exploding? Weil er dich nicht mag? Ich weiß. Ich meine, schau dich mal an. Ender Pearl, Flower, Rose, Apples. Ah, okay. Flower, okay, das könnte ich vielleicht sogar schon... Also Pumpkin Seeds könnte ich, glaube ich, schon besorgen. Könntest du besorgen? Ja. Schön. Jetzt hat die Frage, ob du den Quest auch machen willst. Ja, würde ich schon. Okay, dann... Oder, oder, ja, ich würde... Ja, dann, ja, ja. Die ganzen Quests würde ich halt gerne parallel weghaben. Ja. If you know what I mean. I know what you mean. Für Rotten Flash. Wir haben 64 Rotten Flash. Okay. Ich frage mich halt, wenn das mit den Infinity Easier kommt, dass wir vielleicht irgendwie ein Bucket kriegen oder so. Mhm, das glaube ich nämlich auch. Ich habe in der Music das bekommen. 13. Okay, ich brauche... Also wir brauchen noch Rotten Flash und... Warte, haben wir genug Flowers eigentlich? Ne, ich brauche noch zwei Flowers. Okay, dann haben wir auch genug Flowers. Und Äpfel dürften wir auch irgendwo haben, oder? Äpfel haben wir ja. Irgendwo bei Food drin. Wo ist denn die dritte Chest hin? Wo ist denn die Essenschest? Die Essenschest ist... Oben? Ne. Ah, nein, die habe ich. Die hast du. Da sind die Äpfel. Da sind die Äpfel. Okay. Kannst du die irgendwo hinstellen, damit wir das... Mhm. Hops, das habe ich Bummi geschmissen. Und vielleicht kurz schlafen gehen. Stell es einfach da rechts hin, genau. Symmetrisch. Da. Ich habe die Betten... Ich stelle die Betten noch schnell hin. Vielleicht noch kurz... Ah, ich habe die Torches dabei. Bam. Kein Doppelbett. Hm, Simon. Gute Nacht. Ich spüre deine Wärme. Meine Hände haben sich berührt. Ja, Prag-Geschichten. Ein typischer Raffi. Auch wenn ich nicht dabei war. Leider. Na, du warst woanders. Da gibt es auch eine Menge Geschichten zu erzählen. Oh, ja. Die waren aber teilweise nicht so cool. Ne, das reicht mir auch, wenn ich die einmal höre von dir. Die erzähle ich hier jetzt auch nicht. Ja. Nicht, dass kleine Kinder zuhören. Ach ja, die Studienfahrt. Was war das bitte? Das war gerade... Frag nicht. Okay. Was war das? Mein Fenster. Das hat gerade geklemmt. Hat sich angehört wie eine kaputte Gitarrenseite oder so. Ne, ne. So schlimm ist es dann doch nicht. Na dann. Ähm. Wollen wir die Quest dann gleich mal machen? Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Willst du das? Ja. Dann kriegen wir Pumpkins. Also dann brauchst du... Du brauchst... Wir brauchen jeweils 5 Roses, 10 Flowers und 4 Äpfel. Ich hole mal schon die Sachen und gebe sie dann einfach. Okay, okay. Jetzt müsste ich aber... Jetzt müsste ich fliegen können. Das wäre jetzt nicht schlecht. Fliegen. Mhm. Ne, funktioniert so auch. Okay. You believe you... Ah, ich brauche noch eine Rose. Mann, du bist wieder verkackei an hier. Ähm. Boah, ich bin nicht runtergefallen. Boah, das hast du gut gemacht, Simon. Ich feil. Ich bin stolz auf dir. Ich weiß. Aber bitte geh dann wieder von mir runter. Hahaha. Hä? Das war nicht lustig, ne? Ne. Nein, wenn du stolz auf mir bist, Alter. Ach so. Sonst hat sich der von mir runtergegangen. Ah. Jetzt hast du verstanden. Oh, warte, ich tue schluss meine Füße hoch. Echt? Okay, gut. Dann kam flach. Beine hoch, Jungs. Der kommt flach. Captain Niveau. Wir sinken. Okay, gut. Jetzt habe ich hier alles. Ich lasse das rein. Mal stehen für das Schweinchen. Für Monsieur Ringelschwanz. Monsieur Ringelschwanz. Und dann kriegst du hier, guckst du. Fünf von denen, vier von denen und die Hälfte davon. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Dann können wir jetzt den Quest oder die Quest Farm Hunt. Nein. Was kannst du machen? Pumpkins, genau. Pumpkins habe ich aber nicht. Ja, dann musst du die hier noch holen. Und dann kannst du auch gleich machen. Ich glaube, die war bei dem Herbalust. Stimmt, der hatte eh so viele Quests. Da habe ich mich nochmal durchgeklickt dann. Hey, Hennepin, wie geht's? Hallo, Fritz. Alles fett im Schritt? Ah, dachte ich mir. Ja, so wie der grinst, Alter. Pumpkins. Ah ja, genau, vom Herbalist. Der ist voll cool drauf. Der ist voll chillig, Alter. I need some farming supplies. Okay, habe ich jetzt Pumpkin Seeds? Ich habe Pumpkin Seeds! Oh mein Gott. Ah, Pumpkins. Okay, die kann ich jetzt jetzt... What would I do without you? Always so helpful, little chick. Thank you so much, Lee. I hope these Pumpkin Seeds can help you on your way. Complete. Yay. Ich habe auch Pumpkin Seeds. Es sind zwei Pumpkin Seeds. Oh mein Gott. Es sind wir reiche Menschen. Alter, ja. Was brauchen wir jetzt noch für Quests? Wir brauchen noch... Die 32 Rotten Flashes würde ich als nächstes machen. Wollte ich auch gerade zeigen. Dafür brauchen wir noch vier Rotten Flashes. Ich gehe nochmal kurz in die Monster-Fahrung. In den Raum des Todes. Die einzigen zwei, die wir noch machen können, ist Startercrop und Farmhand. Bei Glaseye brauchen wir eine Enderpearl. Ja, die könnten wir rein theoretisch auch machen. Stimmt. Und Enchantment, Bookshelf, Spideye, Jackal Lantern. Stimmt, könnten wir auch alles machen. Jackal Lantern? Nein, Jackal Lantern können wir es nicht machen. Aus einer Fackle ohne einen Pumpkin. Ja, aber wir haben ja keine Pumpkins. Ja, noch nicht. Müssen wir erfarmen. Oh mein Gott, Spide. Oh mein Gott, es gelten. Bogenbob. Bogenbob. Wo haben wir Bogenbob's gleich nochmal? Auf der Höhen-Tour. Das hat Moritz mitgesagt. Ja. Stimmt. Oh mein Gott. Das war an den Anfängen von Tech-It. Oh Gott, ich habe mir gestern wieder ein paar Tech-It-Folgen angesehen von uns. Die Ersteren oder die Lästeren? Die Ersteren. Ich war, Alter, ich bin voll sentimental geworden. Alter. Vor allem bei Folge 100 und bei Folge 134. Alter. Ist echt krass, was wir schon alles aufgenommen haben. Alter, stecken schon wieder zwei Pfeile in der Fresse. Alter. Wenn ich mal so denke, wir haben 40 Folgen Let's Play Together. 134 Folgen Tech-It. Classic. Dann an die 20 Folgen Kingdom of the Sky ist eins. An die 20 Kingdom of the Sky ist zwei. An die 20 It's Better Together. Voll schön. Voll krass irgendwie. Ach ja, da sage ich jetzt mal, also letztes Mal haben wir so allgemein Danke gesagt, jetzt sage ich nochmal Danke, aber ich finde das echt Hammer, dass ihr die Serie so supportet, auch wenn ich die Likes irgendwie ein bisschen unrealistisch finde. Naja, das können wir ja später noch klären, das hat Raffi vorher auch bemerkt. Na, auf jeden Fall, ich finde den Support echt krass und es ist einfach toll, wenn man so wiederkommt und dann alles gleich wieder so viele Views hat und sich alle so freuen und da hat man, merkt man einfach, dass es Sinn gemacht hat, was ich und Raffi da früher so abgezogen haben. Wir hatten zwar unsere Zweifel, aber tatsächlich gefällt es noch Leuten. Nein, ich habe kein Schwert mehr, Hilfe. Das ist voll schön. Voll schön, dass ich kein Schwert mehr habe. Nein, nein, nicht das, das ist nicht voll schön. Stirb-Sombie. Genau, bin ich auch der Meinung. Also es macht echt Spaß zu sehen, dass ihr die Serie so mögt und dass ihr sich auch so supportet und vor allem danke für die ganzen Tipps. Ich glaube, ohne euch wären wir hier schon ein bisschen aufgeschmissen inzwischen. Ein bisschen ist gut. Kann gelten. Und ich jetzt mit der Hand. Mit dieser Holzschüssel. Mit der Hand. Mit der Hand. Ja, Raffi hat jetzt geheiratet mit seiner rechten Hand. Ja. Wer versteht's? Der war nicht lustig, ne? Ah, Lighting Bug. Was ist da schleute los? Ich weiß es nicht. Es ist früh in der Früh, daran liegt es. Die Witze werden schlechter. Okay, ich habe genug Rot und Flash für uns beide. Das ist schön. Dann schauen wir mal, was wir da Besonderes bekommen. Ja, das ist die Hälfte. Alter, diese scheiß Lighting Bug, warum? Warum ist die Banane krumm? Bin ich aber auch der Meinung hier. Aber jetzt, nimm mal dein scheiß Zeug hier auf. Ja, okay. Alter, zwei Lighting... Ich schau mal kurz zum Cobblestone, nicht dass er überläuft langsam. You can now to an Inquest Farm hin. Oh mein Gott, unsere Cobblestone-Kiste ist was voll. Not bad. Warte, ich mach mal eine zweite Backup-Kiste. Und dann transferier ich kurz alles rüber. Transferieren? Transferieren. Alter, jetzt fängt er schon mit dem Fachbegriff mal an hier. Jetzt geht's los. Anglizismen. Das ist kein Anglizismus. Äh. Ein bisschen. Alter, what the fuck mit diesen Lighting-Bugs? Das sind Half-Labs, da gibt's immer Lighting-Bugs. Das nervt mich mal jetzt grad tierisch hier. Das ist voll das No-Go, Alter. Mhm. Äh, wo wollen wir die Backup... Warte, ich mach mal die Backup-Cobblestone-Chest zu unserer Base, damit wir nicht so weit rennen müssen. Gut. Und zwar genau symmetrisch zu anderen Chests. Alter, du bist so begildet und gebarbt. Das ist unglaublich, gell. Ja, Wahnsinn. Charcoal. Ich hab noch Charcoal. Ach, das ist ja schön. Ich bin dein Ernst, oder? Hammer, oder? Finde ich auch. Alter, ich bin so... Ich bin so stolz auf mich. Ach, ja. Okay, Cobblestone dürften wir jetzt inzwischen genug haben. Nee. Dann passen wir ganze Double-Chests voll. Weißt du noch, unsere Cobblestone-Chests sind Hackett immer. Oh, die war auch immer relativ voll. Relativ ist gut. Ziemlich. Unsere fünf Cobblestone-Chests waren relativ voll. Die erste war ganz voll. So, okay. Wollen wir kurz die Quest einreichen? Einreichen? Ja. Natürlich reicht mit dir gar nichts mehr ein. Okay, halt nicht. Woher kenne ich diesen Sound? Keine Ahnung. Aus Beatbox-Liedern? Nee. Nicht? Nee. Okay. Ich brauche jetzt noch eine Pickaxe. Hallo, Fritz. Na, alles wird im Schritt? Nee, ich dachte nicht. Nee, ich weiß nicht. Äh, nee. Wo war der Quest? Ich glaube, ah, Hunter. Ja, this is just what I won. Thanks a bunch of new blood. Eh, blood. Eh, blood. I'm a man of a man of my world. So here is a bucket to help get you started on farming. Okay, I come out. There is a spring out behind the den. Feel free to grab some fresh water from it. Then here is a tip. You can use water force to build downwards could be useful for your farming, right? Das könnte es allerdings. Okay, das hat schon mal hier Gutes getan. Äh, wo ist, wo ist das Wasser? Hinter. Skydam, wenn du vorne raus gehst und dann außen rum gehst. Ah, da war ich noch nie, glaube ich. Ja, deswegen habe ich es auch gefunden und du nicht. Ah, da. Aus Beetrock sogar. Dann nimmst du auch einmal Wasser mit, oder? Dann können wir es gleich in der unendlich Wasserquelle bei uns machen. Yep. Dann haben wir das schon mal. Das ist sehr gut. Und was wollen wir jetzt mit Wasser machen? Mit Wasser können wir jetzt farmen. Mit Wasser können wir nach unten bauen. Oder wir können mit einem Monster-Farm bauen. Wir können mit einem Monster- Mit Wasser kann man alles machen. Kann man viel machen. Alles! Äh, wo bauen wir... Na, wir dürfen ja die Cobblestone... Ja gut, die Cobblestone-Farm ist jetzt eh effizient genug. Kann man lassen. Kann man lassen, ja. Ähm, wo bauen wir die Quelle hin? Da, wo sie hingehört. Und zwar? Äh, keine Ahnung. Ähm, bau sie mal da hin. Da so raus. Tschüss. Meine Leute brauchen mich. Da traf er, leider. Bist du nur neidisch. Stimmt. Ach Gott, das dauert hier so ewig zum Abbau. Okay, gut. Dan-dun-dun. Da-da-da-da-da-da-da. Ach, GEMA. Nee. Doch, Mann. Okay. Das ist es, ja. Immer GEMA. Immer GEMA. Immer GEMA. Immer, 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 immer. Ja, aber echt, ja. Entnervig. Scheiß GEMA. Tja. Sellerie. Dürfen wir GEMA eigentlich so öffentlich beleidigen? Oder hat diese Scheiß-GEMA, ähm, Phrase schon jemals patentiert? Ich glaub schon. Ich glaub, wenn wir Scheiß-GEMA sagen, ist das bestimmt in irgendeinem Lied vertreten. Das kann ich mir inzwischen sogar vorstellen. Nach allem, was die Scheiß-GEMA so anstellt. Scheiß-GEMA. Okay, ich baust hier sogar aus Holz, weil wir so nobel sind. Alter, wir sind die nobelsten. Alter, wer ist jetzt so nobel, das ist unglaublich. Warum kann man über Stonewalls drüber? Stonewalls? Hä? Nein. Hä, was? Ich kann über Stonewalls drüber springen. Über Fences kann man nicht drüber, aber über Stonewalls irgendwie schon. Wo? Da meinst du so? So, einfach so? Da kannst du einfach drüber springen. Wie bist du? Da oben. Also, die haben nicht dieselbe Funktion wie Fences, die sehen einfach nur gut aus. Warte. Da kann ich doch nicht drüber springen. Lol, jetzt kann ich nicht drüber springen. Warte. Hä? Vorher konnte ich drüber... What the fuck? Vorher konnte ich drüber springen. Ja, ja, ja. Jetzt ehrlich? Ja, ja, ja. Ich bin doch grad da runtergefallen. Ja, ja, ja. Penis. Hure. Ja, das hatten wir vorhin schon gehört. Soll ich's quadratisch machen? Na komm, quadratisch praktisch. Gut. Jut. Halt, warte. Gema. Äh, ich brauch dein... dein Wasser. Mein Wasser? I need your water, water, water is what I need. Gema. Na, ich hab ja... es war ein Remix von mir. Achso. Achso. Es war ein Cover. Ein Cover? Okay, cool. Das find ich echt gut. Schon, gell? Mhm. Könnt ich auf iTunes stellen. Mhm. Wir haben Wasser. Ganz viel Wasser. Schaut doch schön aus, oder? So ein kleiner Pool. Vielleicht... ...wenn wir theoretisch angeln. Du willst auch bei allem angeln, oder? Wenn man so erfolgreich ist. Oh, ich weiß noch bei uns... Alter, als ich das allererste Mal mit dir Minecraft gespielt hab. Okay. Da haben wir... Da haben wir geangelt am Schluss. Ah, so bei... Ah, ja, ah, das war doch... Oh, das war doch die... Auf der Bibliothek, man. Alter. 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 Ich werd schon wieder sentimental verdammt. Alter. Haben wir eigentlich schon Sugar Canes? Nee. Gut, ich glaub ich leg da mal irgendwo ne Farm an. Wie find ihr unser Bett? Äh, es ist sehr freizügig. Aber es ist schön. Schön, oder? Ja, kann man schon lassen. Dankeschön. Alter, du machst meinen Unterwäschenschrank auf. Lass das. Entschuldigung. Warum ist da nix drin, Simon? Ich würd sagen, wir lassen euch mit diesem Kopf-Kino in Ruhe. Geht drüber nachdenken, was wir gerade über Simon erfahren haben. Und wir sehen uns nächstes Mal. Bin ich auch der Meinung. Dann würd ich mal sagen, machen wir jetzt episches Auto. Cool. And you say I will be the one to let it go. Outro